Karashigoi Karashigoi gehören zur Kategorie der Kawarigoi oder umgangssprachlich auch Kawarimono genannt. Der ursprüngliche Karashigoi zeichnete sich durch seine senfgelbe Farbe aus. Durch sein oftmals sehr aggressives Fressverhalten und dadurch großes Längenwachstum hat diese Varietät große Beliebtheit erlangt. Heute findet sich das Karashi-Blut auch in manch anderen Varietäten, um besagte Eigenschaften zu übertragen. Karashigoi gibt es mittlerweile auch in anderen Farbvarianten, wie zum Beispiel Red Karashi bis hin zu hautfarbenen Varianten.